Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Hallo, 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 hallo! Schön, dass Sie bei uns da im Salon Schnippschnack seien. Das nach Covid-19. Und jetzt sind wir die Inhaber des Friseursalon, Schnipp, Schnapp. Wer uns denkt ja, wir kannten die Maskenausschauer von manchen Persönlichkeiten. In diesem Falle, meine Damen und Herren, wir präsentieren die FFP2-Maskenparade vom Friseursalon Schnipp, Schnapp. Mann doch, es ist Zeit! Andreas Hofer betritt die Bühne. Bei solch einem Bart wäre eine FFP2-Maske überflüssig. Ja, die Elisabeth, haha, der war aber recht gut im Bett. Sie war noch schnell bereit. Das hat mich Sackriss freit. Grüß Gott. Frau Handl, ich bin heute alleine. Ich bin sofort wieder da. Aber ich will jetzt bitte reden über meinen Horst und meinen Michal. So, grüße Gott der Herr. Ja, ließe Sie. Bitte, was kann ich für Sie da? Ja, einmal waschen und schneiden. Die Fronie kommt die Wochen einmal waschen und föhnen. Und ins mit ihren Sorgen dabei die Ohren voll dröhnen. Ihr Bub, das ist ein Mädel. Und ihr Mädel, das sind oben. Und ihrem Lot, da haben sie mit 3 Promille den Viererschweinen gezogen. Schiff, schnapp, are, ja, bo. Horst, des ist nur froh, dass ich für ein bisserl trinkei nix weiter soh. Körpers, meine Damen und Herren, bekaufen Sie jetzt! Und nur heute, meine Damen und Herren, bekommen Sie das sagenhafte Angebot. Und wieder nach, ich halte, du, du, du liebe Nachrichten. Schiff, schnapp, are, ja, bo. Horst, des ist nur froh, dass ich für ein bisserl trinkei nix weiter soh.